Das gelbe Licht einer Lampe, das gelbe Licht der Sonne, der aufgehenden und strahlenden Sonne ist Symbol der Hoffnung, aber gleichzeitig eben auch das gelbe Licht des Feuers. Beide Stücke beschreiben einen Weg von einer Hoffnung, von einem Weg ins Positive, ins Verbessern, ins Besserwerden hinein, was sich in den Tod, in jedem Fall in den Tod, in die Vernichtung führt. In einem Fall ein politischer Gefangener, auf der anderen Seite eine gefangene Frau, die in ihrer Liebe zu diesem Mann gefangen ist. Beide Autoren haben versucht, die Dinge, die ihnen wichtig sind, metaphorisch auszudrücken in Geschichten, die aus der Vergangenheit stammen. Ein junges Mädchen liebt einen alten Mann. Das führt zu ihrem Untergang, genauso wie alle anderen Frauen im Zusammenhang mit ihm. Wobei das egal ist, ob sie nun umgebracht wurden oder nun vergessen. Wenn sie eine Frau vergessen, dann bringen sie sich auch um. Die Frage ist, dass sie sich auch um. Nachhaltig hat man sich auch um. Wenn sie sich nicht allein aussehen, cane ich myślę. Vielen Dank.